Und damit ein Ayo, was geht ab Freunde, hier kam statt für euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Astro Bot. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, weiter geht's, wir sind hier gerade in diesem Planeten, also sozusagen wo wir die Playstation reparieren müssen. Wir haben jetzt eine letzte Folge, das zweite Mal reingemacht, wir gehen jetzt mit dem Astro Botius, gehen wir hier am Start und ja gucken wir mal, dass wir hier gemeinsam da alles ziehen und es geil ist, ich finde es cool, dass wir es so gemacht haben, dass man die Bots auch wirklich finden muss, um weiterzukommen, das finde ich fantastisch. So. Absolut fantastisch, cool, als können wir uns da sein, als wären wir hier. Ja, ey, ey, ey. Unfassbar, unfassbar geil. So. Dann können wir hier, die hier, haben wir noch weitere vier Stück. So, hilfbar, Cousin ziehen. So, ich mach mal. Aha. Verrückt. Haben wir ein paar weitere. Gucken wir mal, wie die da alle stehen. Alter, wen haben wir das? Solid Snake, einen Ratchet, einen Jack, dann hier ein paar aus God of War. Wen haben wir noch? Dann hier aus, boah, wie hieß das Spielen? Äh, Mio und Mai Katamari, einen Kratos. Dann hier ein aus Ape Escape. Diverse Affen. Ja, mehr kenne ich nicht. Ja, Joel und Ellie natürlich. Den kenne ich noch, wenn sehe ich noch. Den Bruder rechts mit den Haaren kenne ich, das kommt ja auch noch bekannt vor. Ja, den Cousin, der hier mit, ähm, aus, äh, auch Metal Gear mit der Maske, kennt man auch. So. Dankeschön. Sehr großzügig. Warte mal, was ist das hier? Ja. Da fehlt uns noch ein paar. Aber wir haben hier zum Beispiel noch einen weiteren Cousin. Und die Schildkötter ist auf ein auf ein Dings, alter. Na kommt, Jungs, macht euch nützlich, ja. Stark. Gutes. Gutes Vieh. Hier fehlen uns 80, das heißt nur 6 Stück. Okay, dann können wir ja auf entspannt. Hier nochmal ran. Da bin ich hier, ja. Dings machen können. So, guck mal, da haben wir den nächsten Satelliten. Fantastisch, fantastisch. Ab geht dir, Junge. Rennt da, Junge. Rein die nächste Welt. Die Schlangenwelt Guck mal, haben wir hier schon Zwei von elf Puzzles Zehn von dreißig Okay Betreten wir diese Welt So, dann wir hier die nächste Palle Mal gucken, wie viel wir hier finden werden Versuchen wir, so viele wie möglich zu finden Aber jetzt müssen wir hier wieder ein Doppelspiel Damit man alles findet Das ist auch so ein Ding Das sieht aus wie so eine typische Welt von Ratchet Zeitlopen Casino Das ist so eine typische Ratchet und Clankwelt Ah, geil, okay Ah, guck mal, die VR-Brille Die erste, wie geil ist das denn? Die sieht sogar ein, so als die Sight aus Warte mal, haben wir hier zufällig Direkt ein Bad, ich glaube nicht So, schnell, 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 schnell Versuchen, müssen wir versuchen hier Alle zu finden Warte mal Warte mal, ich glaube nicht Zygonen, weg mit euch. So, Junge. Warte, da ist der Bruder. Habibi. Der erste von den Säschen. Perfekt, dann haben wir den ersten Bratanos. Bratanos, Martanos haben wir erwischt. So. Oh nein. Da hat er mich erwischt. Egal, ist die Stimme. Ist die Stimme, ist die Stimme. So. Oh, das ist die Stimme. Oh, fast 3.000 Minuten. Ich habe das in... Okay, normaler Roboter. Ja, das ist so süß gemacht. Guck mal hier, ey. Was haben wir hier alles? Ich komme, da können wir gambeln. Was hat denn? Ab mulheres. Oh nein. Nicht der Cant. Da ist der Nächste. Oh, kein Ding. Okay. ja eri warte mal was so Ich habe gesehen, da war hier ein Roboter. Warte mal. Yes. Ach so, das ist so eine Sache. Okay, ich dachte, das ist hier oben kein Roboter. Nee. Nee, dachte ich mir schon. Schau, ich dachte, das wäre einer von uns. Vielleicht. Ich gehe theoretisch hoch. In der Theorie aber geht nicht. Egal. Oh mein Gott, das gibt es so nicht. Oh mein Gott, das gibt es so nicht. Egal, nicht so schlimm. So, jetzt ist es noch eine. Warte mal. Ah, guck mal. Habi. Guck mal, wir haben aber schon einen Zwischen übersehen. Wisst du? Das ist so das Ding, Digga. Das ist halt... Warte mal. So. Aber ich würde... ...mich wundern. Oh. 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 Nein, gerade noch so geschafft. Ja, ich weiß. Irgendwie kann man da hoch. Die Frage ist nur, wie... Die Frage ist nur, wie... Das geht nicht, schade. Ja, keine Ahnung, Bro. Vielleicht im zweiten Durchlauf mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Aber ich hätte ihn schon gerne gefunden. So. Oh shit, let's go. Warte mal. Guck mal, da ist der nächste. Wie mache ich das? Oh, mache ich das? Ich mache das. Genau. Perfekt, der nächste. Oh, ein Sly Cooper. Korrekt. Ja, umgucken lohnt sich. Ja, Eri. Ja, wo ist sicher nicht? Tschüss. Nice. Jetzt können wir den hier aufmachen. Perfekt. Okay, ist jetzt zufällig noch einer von unseren. Warte. Egal. Aber wenigstens mitgenommen, den Hasen. Das haben wir denn mitgenommen? Ja, aber okay, das ist das Wichste. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Korrekt. So, was ist da unten? Was ist das? Ein Minispiel. Habibi. Aber wir haben noch einen übersehen. Okay, kranke Scheiße. Uns fehlen eins, zwei. Hast du die übersehen haben? So. Ah, Scheiße. Aber ich weiß nicht, wie das gedacht ist. Genau. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Du Hurensohn. Du Hurensohn. Mann, Alter. Ja, ey. Ja, ey. Nice. Warte, ich muss noch mal da rüber, Digga. Scheiße. Warte mal, ich muss noch mal da rüber. Da kommt mir, da steht noch einer. Habibi, jetzt haben wir ihn so sehr schön. Okay, dann haben wir wenigstens hier. Warte, da kann ich mich einfach kurz umbringen. Ach, nix. Ach, Digga, Setung gemacht. Okay, egal, geht doch so. Warte mal, Digga. This one, ich glaub, das ist jetzt alle, die wir finden konnten, sag ich mal. Hier gibt's keine mehr. Also, wir haben jetzt sozusagen den Last Boy gefunden. Das passt schon. So. Was hast du gedacht, der Penner? So, let's go. Ich hab auch geschafft, ich glaub, vier oder so. Vier, ja, fünf und sieben haben gefunden. Ja, passt schon. Ist okay. Just love, let's go. Ich hab die ersten fünf gefunden. Gehen wir mal in das Riesenlevel. Hab ich auch Bock drauf. Was geht ab? Ja, ey, die Auge mit einem süßen Regenschirm. Wie geil ist das gemacht, Alter? Es ist so süß gemacht. Ohne Witz. Was? Kommen wir dann mal in das Erste. Dann haben wir in das Zweite. Der Bruder kann sich schon bewegen. da oben ist doch der nächste warte mir komme ich zu dem hoch und mich zum hoch muss es doch eine möglichkeit geben er muss es doch eine möglichkeit geben ne ne ach dir geht es nicht scheiße das ist die einschlage was jetzt nicht zu können es muss also ein bisschen klarkommen auf das level ist aber hier gar nichts Ein B Suzbrä. Außer kleine Lemure. Warte mal. Warte mal, habibi, ich gues deine Augen, warte gut. Ich glaube da vorne muss so was gemacht werden. Ja, guck mal da, korrekt, so, der Bruder ist ja mal auch nicht frei, da ist ja scheiße. Ach, da oben noch, okay. Es geht gar nicht, warte, 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 warte. Wir klären das schon, wir klären das schon, wir klären das schon, wir klären das schon. So, Popen weg von meiner Habibu. So, haben wir den nächsten gefunden, das war mir wichtig. Lack, was machst du? Habibu. Genau. Ja, 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 ja. Mit den Playstation Münzen. Sony könnte aus Astrobot, ne? Die könnten direkt da raus, weil das halt so beliebt ist So eine Jump-and-Run-Marke machen Ohne Scheiß Guten Morgen, Cousin Lava, wir haben nur zwei von drei Wo ist der Rest? Das ist ja cringe Ja, guck mal hier Oh, wir haben noch einen gefunden Oh, hier gibt es doch irgendwas, was wir übersehen haben Warte mal Irgendwas haben wir übersehen hier Aber was, aber wie, aber wo, aber wo, aber wo, aber was, aber hier Warte mal, ich muss mich hier mal genauer ein bisschen umgucken Hatte ich hier unten Guck hier mal da Guck mal, hier haben wir das letzte Puzzle Jetzt haben wir fertig Und da oben wird es theoretisch auch noch weitergehen Guck mal Da oben geht es auch noch weiter, aber wie komme ich jetzt da hoch? Ah Scheiß, eher gut Ich schaue es mir später an Da ist bestimmt noch einer von denen Ah, wie, wie, wie Was ist mit dir? Was ist das? Okay, noch drei theoretisch Aha Ja, Baratan Bratanovic aus Bratanistan Guck mal hier mal den nächsten So, noch zwei Geil Ja, den Bruder wachst du schon kurz rein Das ist ja nicht so gut Achso, ne, das ist der Turm Dankeschön Bester Mann, Junge Guck mal, was geht ab Mit zwei Stück, alter Film Wo ist der andere gewesen? Oh Mann, oh Mann Da ist das Ziel jetzt genug Ah, wieder, ich glaube, fünf gefunden Ah, ist okay Einfach sieh bisschen ohne Wer ist noch Oh Mann Ah, die Levels sind aber schön gemacht Soll ich dir ehrlich Die Levels sind sehr schön gemacht Ich habe nicht viel verbräuchten für Dings, Alter Ey, guck mal Bröckelbronze, da muss ich noch einen Können wir noch einen mitnehmen Ach du Scheiße, ich weiß schon Bescheid Okay, ich weiß schon Bescheid Nein Okay, das wird schwer Das wird schwer Das wird schwer Und noch Kaugummis essen, die Idioten Oh Gott Nein Nein, du Judenkind mit Soße, Alter Das war das Letzte gewesen Scheißdreck Oh mein Gott, Alter Okay, ich brauche eine wichtige Taktik Oh mein Gott Ich bin so Was mache ich denn, Digga Das ist eigentlich so simpisch Ich verkack's, Gott, komplett Das gibt's doch Boah, ich darf nicht anfangen, umzustehen, ne Digga, ist ja voll ausgemacht, Alter Oh mein Gott, ist das unkürzend gemacht Also im positiven Sinne Mann, ich verkack's so krass, Digga Ich verkack's so beschissen, Alter Es wird schmacht, Digga Ich mache einfach den hier Digga, Bro, wie kann er mich treffen Ich küsse doch deine Augen Wallah Was ist das, Bruder Digga Digga Oh mein Gott, dieses Dreckshuhren so gehen Ich hätt's fast geschafft Oh mein Gott Wie kann das sein So eine Zeitverschwindung, Alter Oh mein Gott Na endlich, Junge Oh nein, oh nein Please no Please no, Bro Please no, Bro Warte mal kurz, Digga Ich mache hier einen Cut Ich fick doch mein Leben, ja Meine Fresse, was die kranke Scheiße, Digga Alter, das war echt geschwär Ja, das war echt nicht leicht, Digga Das war echt nicht leicht Das war fucking nicht easy, Alter Digga, komm, ich nehme mal Mittlerdame auf 85 Scheiße, Junge Was die kranke Körke, Mann Warte, Junge Weg mit dir Nice Die Wüstengebiet Da müssen wir jetzt gucken, Digga Cool, ein Chicken Was kann dieses Chicken Das ist ein Turbo-Room Verstehe Warte mal Wollen wir ein paar Münzen Geil Willst du mich werschen? Oh, du Rundeson Ach, komm schon Digger Digger Ja, Eurie Ah, okay Da ist ein Bruder Der gefangen ist HWW Der erste Okay, let's go Bitte, hier Alles mitnehmen So Ah, bitte, Junge Ah, BW Blacksberg So Warte mal Ist hier noch irgendwas Schönes Ich glaube nicht Okay, dann gehen wir mal hier rüber So Sehr schön Abieter, Junge Guck mal, ich habe hier ein Blümchen Was hat er oben, Digga Verstehen Correct So so heute schon so Ja, Eri. So. warte mal hier sind doch bestimmt ein paar bots ah fuck you man ich habe mich darauf geachtet gerade wir sind jetzt hier bei erst einem bot das ist doch kein erzählen ich habe keine ahnung wie viel übersehen alter scheiße du siehst es aber nicht direkt ne ich kann mich abtäuschen scheiße ich muss gucken wo sind unsere botbrüder oh mein gott gibt es nicht das gibt es nicht die leben aber auch immer schwerer und schwerer habe ich das gefühl was auch gut ist guck mal wir haben ein zwischen übersehen aber ihr habt ja nicht gefunden wurde genau oder aber man muss jetzt so viele level noch mal gespülen ja gut ist ja auch nicht schlimm ist ja auch nicht schlimm hauptsache wir haben erstmal die story durch das ist das wichtigste du spürst wirklich jede einzelne bewegung so das ist so geil einfach guck mal da ist der nächste was ist jetzt gibt es nicht ey guck mal das ist die aus Dings Alta journey das muss auch noch gespielt werden Let's go, haben wir noch einen weiteren gefunden Okay, wichtig ist das hier Unsere Bot-Brüder Bot-Hardibus Oh, das gibt's noch nicht, Mann Egal, nicht schlimm Wir sind eh wieder am Start So, oh, du Kacke Oh, fuck you, Alter Dome, ja, team Ja, ey, ey, alter Scheißlein Hallo Okay, nice Wann schon mal viel gefunden Let's go Das muss noch jemand Oder irgendwas Glaube nicht So Ja, ey, Ria, muss ich nicht, dass ich kalt So ging das Mal, wenn man hier hat, haben wir noch ein Puzzlestück Okay, sonst ist hier nichts mehr Okay, alles klar Alles klar Es fehlen noch zwei Zwei normale Ich glaube, dass wir die Brüder finden Wenn nicht, wäre das sehr, sehr sie Das wäre sehr, sehr sie Let's go Let's go Let's go, Digga Was ist das? Deli Amour, Kinder So, wo sind die Bots Wo sind die Bots Ich muss nur Zirwungerische Bots sein Hallo Bottus, Mottus Da oben ist die Ziele Jetzt will ich aber noch nicht Ich höre doch einen hier Hora? Ja, da ist ja Habibi Mein Gott Mann Let's go Okay, wir haben sieben wieder Immer diese zwei Die fehlen Immer diese zwei Na gut, egal Passt schon Fünf und sieben Ist okay Ist okay Ist okay Ist okay Ist okay So, wie viel Bräuchte ich denn Um Dingens zu klatschen Ich bräuchte genau 100 Glaubte ich mir schon Okay, gut Alles klar Da weiß ich Bescheid Na gut Da würde ich sagen Wir gucken uns das Ganze Dann in der nächsten Folge Weiter an Wir sind jetzt bei 43 Minuten Ich würde sagen Das reicht Wir sehen uns dann In der nächsten Episode Wenn es wie heißt Let's play Astro Bot Bis dann Checkt irgendwie Zu Fischern Die Zwiebeln Und haut rein